So, die Klasse 3, Olaf Matern gegen Heiko Heinrich, Heiko Heinrich scheint hier als Bestes wegzukommen, Miri Arendt auf 3, und dann gibt es schon Leipzigstunde. Das nächste Anfahrt ist der neue Thomas Meier. Heiko Heinrich mit der 3.41, aus Südülsen führt dieses Feld jetzt an, vor Olaf von Herrn. Erie Aurensstadt mit der 3.80, aus Südülsen führt dieses Feld jetzt an. Und dann ist er noch in den Enten Thomas Beyer, Procicine Epple. Ja. Optimal aufgearbeitet, neues Auto von Heiko Heinrich. Ein BMW 328i. Anboste 2 schon mitgebracht. Wir haben ja noch die 6.00 Uhr. Und dann unsere Jugend Langschlägendorf. Anboste 2.00 Uhr – Nachbar 2.00 Uhr. Läggen Sie in die 15.50 Uhr. Anboste 2.00 Uhr. Bist du den? Piste. Malschlägen Hansen Bödemann, Für Heiko Heinrich, Heiko Heinrich gewinnt hier vor Olaf Matern, auf Platz 3 dann Miri Ahrens, auf 4 Thomas Bayer, auf 5 Die 336, dabei ist die Christin 66, Christine Epple oder eventuell war das auch die 336 noch mit dabei, Niko Piersich.